Hey Leute, in diesem Video schauen wir uns die besten Laminiergeräte an, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Insgesamt habe ich drei der besten Laminiergeräte hier miteinander im direkten Vergleich. Ein Laminiergerät ist unverzichtbar, wenn es darum geht, wichtige Unterlagen vor schädlichen Einflüssen zu schützen und fälschungssicher zu machen. Ob für den Heimanwender oder Büro. Verarbeitung, Ausstattung und Laminierqualität unterscheiden sich teilweise frappierend bei den verschiedenen Modellen. Investiere dein Geld wohlüberlegt. Alle Laminiergeräte sind absolute Topmodelle in dem, was sie tun, doch welches Laminiergerät am besten zu dir passt, das erfährst du jetzt. Fangen wir an mit dem Laminiergerät von Topazan. Dieses Laminiergerät im Einsteigersegment für ca. 30 Euro kann sich sehen lassen. Das Gerät unterstützt sowohl das kalte als auch das warme Laminieren. Außerdem ist ein Messer vorhanden, mit dem man das Resultat nochmal schneiden kann, aber auch mit einem Wellenschnitt oder perforiert. Außerdem ist ein Eckenabrunder vorhanden. An abgerundeten Ecken kann man sich nicht so leicht verletzen und beispielsweise Fotos sehen so, meiner Meinung nach, besser aus. Es liegen 10 DIN A4 Laminierfolien bei, was ich super finde. Sie sind qualitativ hochwertig und klar. Das Laminiergerät hat relativ schnell die erforderliche Temperatur erreicht. Ist dies der Fall, leuchtet eine entsprechende LED auf, damit man Bescheid weiß, dass man nun die Folie mit dem Papier einlegen kann. Vorher leuchtet lediglich die PowerLED. Das anschließende Resultat kann sich sehen lassen. Es werden keine Luftbläschen eingeschlossen und es werden auch keine Kratzer verursacht. Fazit Ein kleines, preisgünstiges Gerät, welches gute Resultate liefert. Die zusätzlichen Funktionen sind sehr hilfreich. Ich empfehle es gerne weiter. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch das Laminiergerät von Olympia vorstellen. Erstmal, das Ding ist für den kleinen Preis der Hammer. Dann auch noch das ganze Zubehör. Klasse! Selbst ganze Blätter kann er laminieren. Im Video sieht man, dass er auch mit sehr welligem Papier keinerlei Probleme hat. Für ein A4-Blatt benötigt er etwa 45 Sekunden. Leider fehlt bei diesem Modell eine Gebrauchsanweisung. Ich weiß, liest eh keiner. Aber wozu ist die Funktion Code? Ich musste erst Google schwingen, um das zu erfahren. Hier sehe ich seitens Olympia Verbesserungsbedarf. Das Gerät ist sehr handlich und kompakt. Mit einem Schalter kann zwischen Heiß- und Kaltlaminieren umgeschaltet werden. Es ist sehr schnell aufgeheizt und der Laminiervorgang geht schnell. Es können Seiten bis DIN A4 laminiert werden. Falls sich eine Folie verklemmen sollte, können die Rollen mittels des ABS-Schalters freigeschaltet werden und die Folie rausgezogen werden. Fazit Kinderleichte Bedienung Schnelles, sehr gutes Ergebnis Und guter Preis Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und letzte Kaufempfehlung dieser Reihe von Laminiergeräten möchte ich euch wärmstens das Modell von Lights ans Herz legen. Dieser Laminierer verrichtet nicht nur gute Arbeit, zudem sieht er richtig gut aus. Man merkt den Unterschied zu einem Billigmodell auch am Äußeren. Er ist viel hochwertiger und das eingesetzte Material sieht richtig solide aus. Wenn man das Gerät einschaltet, leuchtet erst einmal eine rote Lampe. Wenn er aufgeheizt ist, dann leuchtet eine grüne Lampe und es erfolgt ein Piepton. Das bedeutet, man kann anfangen zu laminieren. Die Aufheizzeit beträgt etwas länger als 2 Minuten. Genau gemessen habe ich es nicht. Das Laminieren ist einfach. Im Inneren drehen sich Walzen. Einfach nur die Folie einschieben und hinten kommt sie laminiert raus. Pro Folie muss man sicherlich um die 50 Sekunden rechnen. Dafür ist das Ergebnis echt einwandfrei. Ich hatte mir vorher ein günstigeres Teil gekauft. Das war absoluter Schrott. Die Folien wurden nicht anständig verschweißt. Hier sind die Folien anständig verschweißt und ich habe auch nicht das Gefühl, sie gehen leicht auseinander. Super fand ich auch, das Gerät hatte kein Problem damit, dass zwei Blätter in der Folie steckten. Das Gerät ist auch kaum hörbar. Es wird warm, aber nicht so, dass man Verbrennungen befürchten muss. Also ich bin zufrieden und empfehle jedem, sich dieses Premium-Modell anzusehen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und dann geht es um die Glocke, um ein paar Minuten zu verpassen.